So, das ist dieser Panzer mit besagter Maschinengewehrkanone. Hat sehr wenig, also hat einen sehr kleinen Durchmesser, ich glaube zwei Zentimeter. Aber schockt sich. Und zudem muss sich dieses Gefecht jetzt lohnen, weil ich den Panzer extra für euch gekauft habe. Naja, aber das euch ist mir nicht zu teuer, meine lieben Zuschauer. Genug mit dem Geschleime. Da unten steht ein Tipp. Haben Sie den Verdacht, dass Ihr Passwort geknackt wurde? Sollten Sie es sofort ändern. Ah, alle haben mein Passwort. Nein. Ja, dieses Gefecht. Hier, jetzt werden alle an dieser Kante hier vorne stehen. Da, diese Häuserkante. Und die anderen werden an der anderen Kante schliegen und warten, bis jemand sich traut und rauskommt. Das ist sehr nervig, deswegen werde ich da oben rumfahren. Weil dieser Panzer auch relativ schnell ist, also nicht so wie der Volkiss. Rottkiss. Entschuldigung. Wird das, glaube ich, besser laufen. Ah. Hier gibt es eine besondere Reihe. Seht ihr neben der 750 diese fünf Patronen? Das heißt, es ist ein Roll, eine Rollwaffe. Das heißt, ich schieße eine Seite, die nächste, die nächste, die nächste, die nächste. Dafür braucht ihr das auch länger zum Nachladen. Ist aber ganz funny. Funny. Kann ich denn Deutsch? Spaß. Ist sehr spaßig. Also, ich finde das ein cooles Gefühl mit einer Maschinenkennung und einer Dienknotifikation zu ziehen. Das bockt. Schockt sich eigentlich. Warum nur da einfach rumzusetzen? Einfach. Freund. Für ein gewisser Herr mit Schnur, was ich jetzt sagen kann, wer nicht weiß, wie ich meine Lichter. Post Lichter. Hier ist Fernsehbuch. Aber das tut hier eigentlich gar nicht zur Sache. Wir fahren Panzer. Irgendwie ist hier nicht. Aber ich glaube, es ändert sich gleich. Also, wir sollten das mal aufpassen. Man weiß ja nicht mehr. Sehen wir zum Beispiel den da unten. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Volltreffer. Das war, glaube ich, eine Schuss. Bitte, 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 ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Naja. Die Riese gerade noch abgewendet. Aber ich kann dich noch abschießen. Genau. Nimm mir einfach den weg. Ich wollte ihn gerade so schön von oben rammen. Das ist ja, schießt ihn einfach, klar. Und der Ex. Wer will als nächstes vor die Kameras? Ich mache mir jetzt viel mehr schießen, denn es ist immer besser, mit einem Freund-Magazin abzutreten. Kann man sich vorstellen, warum. Man hat ja auch eine Pistole mit einer Kugel und stürmt in eine vollbewaffnete Festung. Das hat ja keinen Sinn. Das ist ja nicht gemacht worden. Warum ist hier niemand? Ich verstehe es nicht. Na, also als Anfänger, glaube ich, Scheiße. Wir sind bewegungsunfähig. Durch meine eigene Dummheit. Ja, auf jeden Fall als Anfänger, glaube ich, denkt man noch nicht so taktisch. Und die sind gleich alle da und ich kann keinen abschießen. Let's go, let's go, let's go. Aber was man zu der Maschinenkanone sagen muss, sie ist nur hier erfüllt. Später ist sie relativ unerfüllt. Weil du kannst halt nicht viel. Naja. Die hat keine hohe Durchschlagspunkte. Was habe ich gesagt? Jetzt sind sie da und schießen mir alle vor der Nase weg. Das war, glaube ich, relativ unnötig. Treff ich von so weit weg? Ich glaube nicht. Wow. Voll gut getroffen. Es sind noch drei übrig. Der Leichtfaktor hat viel Killing. Oder viel Zerstörung. Was ist das denn? Ein Leichtfaktor. Das ist der erste deutsche Panzer. Das sieht man da halt. Die Deutschen konnten Panzer bauen. Oder konnten Panzer bauen. Das ist der andere drin nicht schlecht. Ach, schade. Oh, einer ist noch übrig. Der wird sich aber, glaube ich, nie hierher trauen. Der ist da hin. Ich mag das einfach. Einfach in der Geschichte rumzuschießen. Oh, schade. Kann ich nicht nochmal. Ich mach nochmal ein zweites Gefecht mit dir. Oder... Oh. Was ist das? Überlegenheits... Überlegenheitsabzeichen. Okay. Dann sollte ich vielleicht noch ein Gefecht machen. Aber das werdet ihr erst im nächsten Part sehen. Tschüssi.